Hat Lady Gaga wirklich einen Streit mit Kim Kardashian? Ja, es scheint so. Und es dreht sich doch tatsächlich um einen Modedesigner. Laut Berichten hat Gaga, die sich aufgrund von ihrer Hüftoperation ausruht, sich darüber geärgert, dass der Reality-Star ihren Designer geschnappt hat. Das sind die Probleme, mit denen sich die Promis aus Hollywood heutzutage herumschlagen müssen. Kim wollte gerne mit dem Designer zusammenarbeiten, sie bombardierte ihn mit E-Mails und sie nahm sogar einen Last-Minute-Flug von Miami nach New York, um ihn zu treffen. Wir denken, er hat zugesagt, denn Gaga ist offenbar ziemlich pikiert. Die Sängerin war dazu gezwungen, ihre Born This Way Tour zu unterbrechen, da sie eine Gelenkentzündung hatte. Sie hat somit genug Zeit, um auf jemanden wütend zu sein. Kim hat sich wohl in ihrem Revier verirrt. Eine Quelle sagte, dass Gaga die Leute, mit denen sie arbeitet, schützt und sie will, dass ihr Modedesigner nur zu ihr gehört. Wir fragen uns, warum Kim hinter einem Designer her ist, der solche Kostüme wie diese hier entwirft.